Ja, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Ich muss sagen, dass ich reingehend war, ich habe mich darüber gefreut, dass mein Freund Ego Leder auf hier so unglaublich viel Platz ist, aber ich bin mir hier für seine Bilder und habe mich nicht richtig gefragt, ob ich der Rolle, in der ich mir heute hier total überhaupt gerecht werden kann. Weil ich, und damit fange ich jetzt mal an, vorab muss ich kontrastieren. Und das ist meine Rolle, ich habe heute gesagt, ich bin kein Kunstwissenschaftler, ich bin kursiv, also nur, kursiv, nur ein Freund von Nikolen auf. Und als der stehe ich hier und da habe ich die große Ehre, aber auch die Freude, um nicht im kunstwissenschaftlichen Sinne die Arbeit des Künstlers mehr zu bringen, sondern vielmehr vielleicht ein Stück weit den Menschen. Schnell, ein Freund, sollte das kein großes Problem sein. Als Freund über einen Freund und dessen Arbeit und Fähigkeiten zu sprechen, noch dazu vor Leuten, denen man vorher noch erzählt hat, dass man befreundet ist, ist äußerst sinnvoll eigentlich. Erwarten doch alle, dass man nur das Beste zu berichten hat. Das macht man so, das gehört sich so. Es ist doch unoffiziell. Hinterm Rücken, mit Menschen, die das nicht wissen, da kann man auch schon mal über Freunde herziehen. Ich könnte ihm da Sachen erzählen. Aber nicht jetzt, die da kann ich nicht. Und daher kann ich es berechnen. Ich kann es so ab. Also, kaufen Sie Nikolenos Bilder. Er ist einer der größten Maler unserer Zeit. Das, was er auf die Leinwand bringt, ist höchste Schule. Er hält den Vergleich mit allen großen Alpenmeistern stand. Er ist ein Gewinn für die Kunsthandlung. Und es wird nicht mehr lange dauern. Er könnte mir das nicht alle nicht mehr leisten. Fertig. So sehe ich das. So einfach könnte das sein. Sie würden schmunzeln. Sie würden sagen, ja. Was soll er sagen? Er hat von Kunst nicht viel Ahnung. Und der Leinwand ist halt sein Frau. Tja, theoretisch könnte ich das so machen. Praktisch kann ich das aber nicht. Denn er ist hier. Der Künstler ist anwesend. Und ich weiß, es wäre nicht äußerst unangenehm, in solch plumpen, ahnungsweise präsentiert zu werden. Für solche Auftritte ist er nicht zu haben. Er ist dafür viel zu selbstvertischend und viel zu bescheiden und viel zu zurückhaltend. Aber auch das wäre er nicht. Sie merken, vielmehr ist das nicht. Ruhestörung. Ich glaube, im Moment findet er sich gar nicht wohl. Und seine Ruhe extrem gestört. Wirklich. Aber er hat mich gefragt. Und darum ist er da durch. Und Sie auch. Den Gulenhoff malt nicht fürs Publikum. Nicht für den großen Auftritt. Nicht für das eigene Hegen. Und nicht für die eigene Präsent. Den Gulenhoff malt, weil er nicht anders kann. Und vor allem, er malt, was er will. Im positivsten Sinne. Er malt, was ihn interessiert und was ihn reizt. Künstlerisch auch wie auch menschlich. Oft, wenn wir in seinem Atelier stehen, steht nicht erst Mina, sondern ihm die Frage, wer soll das, wo ihn hängen. Und ich stelle Ihnen diese Frage. Ich glaube, ich darf das. Er stellt sich diese Frage nicht. Er weiß, es muss ihm egal sein. Wollte er Kunst und Kommerz zu sehr vermengen, würde er nicht mehr malen, was er magt. Er malt Menschen in Strumpfhose. Nicht für Triumph und für das Werbeprakat, sondern für sich. Weil es ihn herausfordert, die Transparenz dienen Materials und wiederum der Bühne in ihrer Farben und Formvielfalt darzustellen. Und er malt Männer, die sich einer besonderen sexuellen Neigung folgen. Sondern weil er meint, kann er halt nicht im Modell zumuten zu können, stundenlang mit solchen Posen und mit Feindstrumpfosen begleitet, vor ihm in seinem Atelier zu stehen. Er malt menschliche Inmassen von einem Varianten, von der es nach der Herausforderung darstellt, das menschliche Gesicht wirklich in allen anderen Facetten darzustellen. Und auch hier wieder er selbst als Modell. Denn er muss sehen, was er malt und sichert er immer zur Verfügung. Mit sich selbst muss er keinen Termin machen. Ich selbst gegenüber hat er aber auch kein schlechtes Gewissen, wenn er sich diese Schrapaz, der die Massenschneiden abverlangt. Andere gegenüber immer. Wenn man bei ihm im Modell sitzt, ich durfte das zweimal, merkt man, dass er hin- und hergerissen ist für unseren Anspruch und den Gefühl, den Wunsch dem anderen, da nicht fünf stundenlang still sitzen, zu verdähern. Und man denkt manches Mal, wenn er seine Farben mischt, was, dann bin ich nieder. Wir sind nieder und wir sind blau und wir sind grün und wir sind bunt. Und das ist das, was er sieht. Das ist es, was ihn interessiert. Vor zwei Wochen saß ich in seiner Küche, kam direkt aus dem Urlaub und lästerte, und wir sind gläuternd auch los, dass du da am Strand zu sehen, Christi, also, schön ist das nicht. Ich fahr doch nicht nach Kroatien, um mir Schwangerschaftsdagen und Krampfadern zu gucken. Da hatte ich den Eindruck, als würden seine Augen kurz aufblitzen. Ja, du, du siehst den ganzen Menschen, den vielleicht hässlichen Menschen, ich sehe das Detail. Das schimmernde Blau, Schwarz, der Krampfader hat doch was Schönes. Hat auf jeden Fall seinen künstlerischen Reiz. Das ist das, was er sieht. Ich wünsche ihm, dass Sie das noch so sehen. Hoffe, dass Sie durch meinen kleinen Einblick in diesem Regulierhoff gewonnen haben. Und hoffe vor allem, dass ich dadurch gar nichts mehr verloren habe. Danke schön.